Die iranische Revolution Heute ein Click-Adventure ist Und es ist wahrscheinlich ziemlich politisch Es steht auch in den Steam-Informationen Und ja, es wird höchstwahrscheinlich nicht jedermanns Sache sein Deswegen werde ich gar nicht großartig rummachen Und wir werden auf jeden Fall dieses Erlebnis jetzt mal spielen Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir jetzt loslegen Viel Spaß und los geht's Während des Sommers 1978 78 gingen tausende Iraner auf die Straße Und kämpften für Veränderungen ohne Rücksicht auf ihre Klasse Sowie religiöse und politische Überzeugungen Die Proteste führten zu einem blutigen Aufstand gegen Irans König Dem Shah Was du in diesem Spiel erlebst basiert auf echten Geschichten, Ereignissen und Personen Die von dir getroffenen Entscheidungen formen Dein Erlebnis dieser Revolution und das Schicksal derer um dich herum Der Text ging aber schnell weg Kapitel 1 Düstere Tage Unterschlupfte Iran Hey Revolution ist ja im Jahr 1979 gewesen Okay 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 So So Was auf dem Bild soll ich jetzt klicken Do you remember what I said When I first joined the revolution Frieden ist die beste Waffe Der Zweck heiligt die Mittel Freiheit oder Tod Das Opfer nicht wert Was meint aber mit Opfer hier Also Freiheit oder Tod Also sorry Natürlich Freiheit oder Tod Das hat natürlich auch eine Bedeutung Wenn man nicht frei ist Wenn man nicht frei ist Lebt man dann überhaupt Freiheit ist die Frieden ist die beste Waffe Ja Wenn wir demonstrieren Dann sollen wir schon friedlich demonstrieren Der Zweck heiligt die Mittel Also wenn Opfer Wenn es Opfer gibt Und dadurch irgendwie Was bewirkt wird Naja okay Meiner Meinung nach ist es so Ein Opfer Ein Ein Toter Das ist für mich so wie Tausend Opfer Tausend Tote Und das Opfer nicht wert Ich weiß nicht was hier Genau gemeint wird Ich nehme jetzt einfach mal Frieden Ist die beste Waffe Die einzige Weg Diesen violenten Regime Ist der friedliche Protokolle Sie haben uns gefunden Bibi was ist passiert? Quick grab die Pläne Wir müssen jetzt gehen Okay Okay wo ist es? Okay Findet die Pläne Ja wo sind die denn? Das da? Nähere sich den Hopspot zum Dole zum Interagieren Komm schon nimm Findet die Findet die Findet die Findet die Findet die Findet die Okay 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 ich habe es Juhu You know what to do Reza John Okay okay Reza John Oh shit Come on Was soll ich machen? Was hätte ich jetzt machen sollen? Was hätte ich jetzt machen sollen? Was hätte ich jetzt machen sollen? Es ging alles zu schnell man Die Quicktime Events sind viel zu schnell Aber okay Na gut Ink Stories presents Vielleicht was doch Absicht Vielleicht was Absicht sogar gemacht Lass ich jetzt verlieren Not S? Also strächt Sanfte Oder Settings Attra Du Moment Das ist passiert Das ist passiert Ich würde mich nicht mehr daran erinnern. Das war ein Tag, ich war für Folie und ich ging nach Chadi Square. Die Rövolutionen ist bereits offen, und die Trennung zu werden, weiter und weiter. Wir glauben in den gleichen Prinzipien, in den gleichen Idealen. Violence in Iran has escalated sharply in recent months. The main targets have been cinemas, nightclubs, fashionable restaurants. 1979 Revolution, Black Friday. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wurde ich jetzt verhaftet? Kapitel 2, einer von uns. Ich hoffe, ich krieg das mit der Steuerung hin. Evan Gefängnis Iran, 3. April, April 1980. 3. April an dem Tag. You're a very lucky man, Mr. Shirazi. In my former life, I wouldn't have let you live. Okay. Drink. You must be thirsty. Teeetikette. Teeetikette. Rezo, your chai is getting cold. Vielleicht ist da was drin, ich lehne ihn ab. Vielleicht ist er zu. Er wird das nicht vergessen. Ach ja? Wege korrigieren? Ach, töte mich einfach. Ach. Hahahaha. Deswegen, der wird mich doch bestimmt foltern. Ich kenn da einige Storys, man. Ja, aber nicht so wie du. Auf welcher Seite bin ich eigentlich? Fahr zur Hölle. Nee, bring ich dich. Nein. Du solltest dich selbst schützen. In den Augen Gottes bin ich schützt. Was macht er jetzt mit mir? Öffne es. Geh auf, öffne es. Oder bist du Angst, deine Vergangenheit zu treffen? Soll ich die Akte öffnen oder sie runterwerfen? Okay, mach auf. Ich hab gar nichts gemacht bis jetzt. Ich hab den erst reden lassen, danach wollte ich eine Entscheidung treffen. Reza Shirazi. Wale. Du bist mit Tränen und mit einer Reihe zu schützen. Du bist mit Tränen und mit einer Reihe zu schützen. gegen die Islamische Republik der Iran. Ach ja? Wie bist du? Nicht schuldig. Ihr foltert sie, ich weiß es. Sie schuldig. Sie schuldig. Sie schuldig. Sie schuldig. Sie schuldig. Sie schuldig. Ich weiß so viel über Sie, Reza Jan. Ich weiß, Sie kommen aus einer sehr gut gehaltenen Familie. Sie sind mit dem Shah. Und ich weiß über Sie, Sabak, Bruder Hussein. Was ich über dich weiß? Du bist der Teufel. Du bist der Interrogator. Ich verstehe. Mein Name ist Asadullah Lajewerdi. Aber du schon wusste das, nicht wahr? Nein. Was ist mein Name? Ist das so eine Narbe? Your Name ist Asadullah Lajewerdi. Guck mir mal, wie weit wir ihn provozieren können. Du bist Asadullah Lajewerdi. Du bist Asadullah Lajewerdi. Du bist Asadullah Lajewerdi. Du bist der Teufel. Let's just get this over with. What is my name? That's all you got? Speed up! Harf Besan. Harf Besan. This is your last chance, Reza. Du wurdest umgebracht. Wiederholen. Ich wollte das auf hart machen. Aber das ist tot. Okay, das Spiel ist realistisch. Du wirst gefoltert, bis du das sagst, was er sagt. Hach-Ara heißt eigentlich sowas wie jemand, der nach Mekka gegangen ist. Aber okay. Ich bin jetzt tot, dann sage ich das, was er hören will. Es ist halt realistisch gemacht. Komm, nochmal. Ich sag ihm das, was er hören will. Reza Shirazi. Du bist mit Trezern und konspiring, um eine Reihe von Attacken gegen die Islamische Republik der Iran. Der Akzent ist halt sehr realistisch. Hat er seine Bedeutung? Es ist wirklich wichtig, wie ich pflege? Weißt du, was wir zu Traitorinnen hier in der Evin-Präsonin machen? Räumt sie. Ja. Das ist was ich mache. Räumt sie. Räumt sie. Gott will, inshallah. Ich weiß so viel über dich, Reza-Jahn. Ich weiß, dass du von einer sehr gut-kommissionen Familie, die loyal zu dem Shahn. Und ich weiß, über dich, Sabakbrother Hussein. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Du bist der Teufel. Ich weiß. Du bist der Teufel. Du bist der Teufel. Ich weiß. Du bist der Teufel. Ich weiß. Du bist der Teufel. 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 Ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab's doch gerade gesagt. Hatsch-Ara. 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 See? That wasn't so difficult. Get out. Okay. Was macht der jetzt mit mir? Get out! Sit! Mit seinen Santaan. Die Musik ist sehr gut gemacht. Das ist der Komponist von Detroit Become Human. Ich bin nur ein Fotograf. Ich bin nur ein Fotograf. Schau. Ich bin nur ein Fotograf. G Mouse. Weißt du was das ist? Natürlich nicht. Ein zeitув ended害με 덕ch wie du... der nicht entуска wie einen Elektroshocker. Bis nach dem Moment. Es braucht etwa 400mA, um zu verhindern, ein Menschliches Herz. Wir wollen das nicht, noch nicht. Aber 25mA? Das wird dich von der Insel verletzt. Das könnte ein Organ verletzen, wenn ich nicht bemerke. Was soll ich machen? Das ist krass, es ist total realistisch, es gibt genug Storys. Und dass es auch heute noch so ist. Leider, es so ist. Ich werde gerade total emotional. Ich muss irgendwie lügen oder so. Du bist derjenige, der dich rekrutiert. War er der Mastermind hinter den Angriffen? Reza, mach mich das wieder benutzen. Nicht kooperieren. Mit ihnen an. Ei, ei, ei. Einer von uns. Okay, wie geht's weiter? Kapitel 3, Disco natürlich. Hier bist du, Babak John. Danke, Tofardo. Reza, was machst du? Ich weiß, dass ich gut geschieht, aber schau deinen Film für etwas wichtiges. Seine Geschichte. Wie geht's das? Every image has a story, Babak John. And today, right now, every picture counts. But I have plans for this picture back in Germany. Oh, yeah? That's nice of you, Reza John. Oh, not for me. It's for Hanon. Hanon? Hanach, yeah. Oh, you're going to like this shit thing for Iranians. Oh, yeah, Boghan! Yeah, man. I've told her about you and your legendary disco moves. John Travolta, Babak, has nothing on me. Nice. Here. And shit. What's this? Listen to it, Reza. It's Khomeini's latest speech and it just came from France. A new Iran is coming, Reza John. And I'm here to help spread the word. Oh, yeah? How did you get your hands on it? Oh, Babak, you've been away too long. You forget. I have my ways. What are you so worried about? They have eyes everywhere. And these cassettes have become the voice of the revolution. And therefore a threat to the regime. Now take it, Bobo. Yeah. You know what you want to. Nimzi, Nimzi. Okay. I'll take it. Trust me. You're not going to regret it. You think what's on this could really make a difference? Come on, Reza. Let's change Iran. I'm here to take pictures, not choose sides. Everyone takes a side. Okay? Everyone. It's just words, Bobak. Maybe to you it's just words. But to me it's words that have never been spoken out loud before. The time is now, Reza John. Toi no mi fami. You know this. That's why you're here. Rush it. Okay. I'll give it a listen. I mean, that's all I ask. Okay? But keep it hidden. And whatever you do, do not listen to it at home. I don't even want to imagine what your mother would do. You're still scared of my mother, huh? And you're not? Good point. Okay, Boba, Bea, let's get a better view. Bebe wants you to capture how big this is becoming. Who's Bebe? You're gonna like her. This is all because of her. See why I told you to save your film? This is incredible. This is the future of Iran. This is our future. Start taking pictures. This is all the entire world. You're still there. We are the people from both sides. You're still there. And you're still there. You're still there. We're here to go. We're here. You're still there. I've never seen anything like this. There has to be at least a hundred thousand people on the streets. Meilenweit, die Tonnesfoto, die große Hoffnung auf Veränderung erregte Leute mit allen möglichen Hintergründen, sich der Revolution anzuschließen. Anfang September 1978 marschierte über eine halbe Million Menschen, eine halbe Million Demonstranten durch Teheran. Ich kann ja auch mehr erfahren, wenn ich will. Meilenweit, sehr interessant. Hier kann man auf jeden Fall auf Pause drücken und sich jetzt mal in Ruhe durchlesen. Da ich nicht der beste Vorleser bin, lasse ich jetzt erstmal weg. Auf jeden Fall sehr interessant. Das werde ich mir selbst auch nochmal durchlesen. Kann man hier weiter drücken? Sehr interessant. Gucken wir uns alle später nochmal an. Als Märtyrer zu sterben war eine mutige Handlung und ein häufiges Thema auf den Bannern der Revolution. Märtyrer 2 Wo ist die Statue? Fortschrittlicher religiöse Anführer Ayatollah Khomeini, Schariat Madari war ein religiöser Anführer mit ausgesprochenen, ausgesprochen progressiven Ansichten. Fortschrittlicher religiöse Anführer Fortschrittlicher religiöse Anführer Ayatollah Khomeini, Schariat Madari Was gibt es noch für Fotos? Die Statue des Königs Die Revolution fegte Irans 2500 Jahre alte Monarchie hinweg und formte einen neuen Weg in der Geschichte des Landes. Das ist ein echtes Foto. Die Statue des Königs Sehr interessant. Hey, good luck trying to buy anything from the Bazaar. All the shopkeepers have gone on strike too. Geschlossen. Als der Shah das Kriegsrecht ausrief, streikten nachgewiesenermaßen 30.000 Ölarbeiter und verursachten dadurch eine lähmende Kettenreaktion. Sehr interessant. Man muss sich mal die Zahl Einfach mal vorstellen. 30.000 Menschen, die streiken. Auf einmal. Öffentliches Gebet. Öffentliche Gebete der Massen waren die Sit-ins der iranischen Revolution. Ey, 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 mach's für ein Foto. Krieg ich da Gänsehaut. Die Zähne. Die Zähne. Werbegge, ich kann das nicht wundern. Ich kann das. Das war ein Bild von Ayatollah. Die Schariät Madari. Die Leute sagen, er solltet ihr Iran. Wer ist Schariät Madari? Er ist ein klerich, der versteht die hübschen. Nein, kein Mullah-Mullah wird das Land führen. Fahmidi, verstehst du? Das ist vorbei. Warum nicht? Wir sind nicht ein Land von Moslems, Bruder? Bruder? Wir sind ein Land von Egalität größer als Kapitalismus oder Paganismus. Fahmidi, verstehst du? Nein, Mullah wird das Land führen. Fahmidi, Chimigan? Hey, Domrat! Lighten up. Fahmidi, besser zurückkommen. Hey, hey, hey! Okay? Wir machen das nicht. Okay? All of this, all of this is about non-violence. We don't want to give the army any reason to intervene. I don't trust this punk with his camera. Ich bin Journalist. Ja, ich mache dir das. Saeed, Saeed! Komm schon! Bara, Bara, keep walking! Das ist richtig. Seh, Jolat, Bikesh. Er ist Kommunist. Sie immer postern, nicht mehr denken über die größere Bildung. Komm schon. Mann, Babak, was hat dir passiert? Schau, nur weil ich ihn nicht lebe, das bedeutet, dass ich ihn nicht wollte. Seht ihr seine Haare? Ihr habt die gleiche Farbe? Komrade, das ist alles, was du hast. Komm schon, loslassen wir die Straßen. Hey Mann, Frieden ist die beste Waffe. Man muss auch ganz kurz sagen, die sind alle aufgeheizt. Ich hätte jetzt gar nichts drücken machen sollen, oder? Hätte ich jetzt gar nichts sagen sollen. Wäre besser gewesen, oder? Kapitel 4. Nicht der Iran, den du verlassen hast. Sehr aufgeheizt Stimmung hier. Das ist nicht der Iran, den du vorhin verlassen hast. Die Leute sind wunderschön, besonders nach Salvaq die Cinema Rex verbrannt. Cinema Rex? Ei, ei, ei. Die Armee wird uns vernichten. Die Armee wird uns vernichten. Schau, Rezojan. Du musst in die Macht der Menschen glauben, okay? Gut wird triumphieren. Jetzt komm, es ist Zeit zu herausfinden, was diese Revolution ist alles. Es ist manchmal echt schnell zu antworten. Okay, müssen wir jetzt hier laufen. W, A, S, D. Ich kann nicht gut mit Tastatur steuern. Das ist ein interessanter Blick. Ich habe diesen Mann gesehen. Er nennt sich der Gehörter. Er ist ein Gehörter. Er ist ein Gehörter. Pesaram. Mein Sohn. Bitte, ein Bild. Schau dir die Welt, was passiert hier. Er ist ein Mahnmal. Okay, Rezo. Schau dir diese Straße als ein Sandwich. Bist du okay, Bubba? Ja, ich bin gut. Oh, Liam. Es ist die perfekte Analogie mit den perfekten Ingredienten. Der Brat. Der Cheese. Der Siodunet. Der Sabzi. Und der Tee. Saman, die lebenden Toten. Einige Demonstranten trugen Bilder von ermordeten Revolutionären bei sich und wurden so zu laufenden Plakatwänden. Egal ob die Opfer auf der Straße ermordet, gefoltert oder exekutiert worden waren, ihre Geschichten waren so in der revolutionären Landschaft unsterblich geworden. Die lebenden Toten. Saman wird das nicht vergessen. Wollen wir hier weiterlaufen? Schade, dass man nicht mit dem Controller spielen kann. Nähere dich Hotspot-Symbolen zu interagieren und klicke darauf. Mach mal auf. Fahrt sie. Gibt's hier noch Hotspots? Straßenbazar. Der Bazaar ist der Markt in die rheinischen Städten. Bazaaris. Ladenbesitzer und Händler. Waren in der Widerstandsbewegung gegen den Schal von größter Wichtigkeit. Auch hier ein echtes Foto hier, ne? Sehr interessant. Kann ich da noch irgendwas machen oder? Soll ich mir so eine Shisha kaufen? Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Ich bin jetzt noch ein paar Sachen. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist, was das Sandwich macht. Und die Autos, die wir fahren, die Kleidung, die wir tragen, die Dinge, die wir folgen, das... Wir sind einer der größten Exporten der Öl in der Welt. Und unsere Menschen müssen noch stehen und ihre Tanks füllen. Sag mir, das ist ein Backwards. Echte Fotos. Ei, ei, ei. Es wurde einfach alles lahmgelegt. Wo konnte ich eben das Foto machen? Was ist hier? Freiheit für politische Gefangenen. Der Shah verlangte, dass jeder eingesperrt oder zum Tode verurteilt würde, der seine Herrschaft in Frage stellte. Man kann es auch übertreiben. Schwarzfeinde. Schwarzfeinde. Mein Vater und mein Bruder sind in der Strecke. Wie viele mehr müssen in der Strecke, damit der Shah in seinem lavishen Haus leben können und uns unsere grundsätzlichen Freizeit? Hier, Bruder. Lass die Wahrheit, was wirklich passiert ist. Alles, was du lernst, ist korrupt und füllt mit Lies. Danke, Frau. Danke, Frau. Bleib ehrlich, Bruder. Es ist die einzige legittliche Sorte, die jetzt lesen. Du bist willkommen, Bruder. Ich finde es geil, wie die dann immer Englisch und Persisch reden. Wir müssen das alles vermischen hier. Müllhaufen der Geschichte. In den 1970er Jahren war die Einkommensungleichheit jetzt Iran einer der größten der Welt. Der wirtschaftliche Niedergang hatte schreckliche Auswirkungen auf die Arbeiterklasse, während die Arbeitslosigkeit in ungeahnte Höhen stieg. Loswerden der Gäste. Ai, ai, ai. Das ist das beste Brot überhaupt. Und es ist auch sehr günstig. Kann ich noch ein Foto machen, oder? Es ist einfach das beste Brot, das es gibt. Ja, sehr lecker, sehr lecker. Kommt mal her. Alles frisch gemacht. Jetzt noch mal auf Englisch gesagt. Frauenkind. Während einige während der Herrschaft des Shars eine Zeit großen Wohlstands erlebten, wurden Armut und Ungleichheit zu einem schnell wachsenden Problem. Sehr traurig. Guck mal, das ist ein trauriges Bild. Ei, ei, ei. Sehr traurig. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das ist leider überall so. Die Reichen werden reicher und die Armen werden poorer. Es gibt keine Chance für Menschen wie sie in Iran heute. Meine Worte. Lass die Schmerz dieser Esfand dich beschreiben, mein Sohn. Inshallah. Merci, Hanum. Ich hoffe, dass du und dein Kind finden, was du brauchst. Esfand, du Esfand. Das, was sie auf Persisch sagen oder auf Arabisch in dem Moment. Inshallah, es war dann in Kursiv übersetzt worden. Die Reichen werden reicher und die Armen werden poorer. Es gibt keine Chance für Menschen wie hier in Iran heute. Lass die Schmerz dieser Esfand dich beschreiben, mein Sohn. Inshallah. Merci, Hanum. Ich hoffe, dass du und dein Kind finden, was du brauchst. Esfand, du Esfand. Inshallah gesagt. Also, so Gott will. Okay, ich konnte jetzt nicht weiterhelfen. Ich hätte dir gerne ein bisschen Geld gegeben. Es ist ja nicht so wie in Deutschland. Wenn man in Deutschland obdachlos ist, man muss in Deutschland ja nicht obdachlos sein. Jeder kann sich eigentlich Hilfe holen und ein Dach über den Kopf bekommen, soziale Hilfe bekommen. Aber wenn man im Iran obdachlos ist, ist man obdachlos. Ich habe etwas Besonderes für dich. Schaue an all diese Kassetten. Ich habe sehr viele Khomeini und sogar Schariaat Madari. Ich muss es nicht tun. Du siehst? Ich bin nicht die Kassetten mit diesen Kassetten. Geheime Tonbände Die am weitesten verbreitete und am wenigsten entdeckte Form revolutionärer Kommunikation bestand in der Weitergabe von Audiobändern, mit denen Reden einflussreicher Kleriker aufgenommen wurden. Ja, wie geht es denn? Cool, wir machen es. Das wird großartig, Reza. Ein Tag können wir uns erzählen uns über das Thema. Nein, nein, nein. Keep your eyes on me. Und wir uns nicht verlieren uns in der Crowd. Okay. Wie lange geht das Spiel eigentlich? Wenn man das überhaupt ein Spiel nennt, das ist eher so... Lernlektüre. Wir wissen die Wahrheit. Wir wissen die Wahrheit. Und wir können nicht mehr Angst sagen. Die Wahrheit ist eine Demokratie. Aber wie kann das wahr sein, wenn wir uns verabschieden und verabschieden für unsere Werte? Das ist Bibi. Sie ist einer der Liedern der Student Front. Was denkst du, Reza? Man, ich bin verabschiedet. Der hat gufft immer. Ich sagte dir so. Ich habe die falsche Scheine betroffen. Ich wollte eigentlich sagen mehr Propaganda. Das ist ja auch Propaganda hier. Derud! 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 Derud oder King Kahara! Derud! Derud dar! Derud! 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 Ich bin con Die Landen! Das ist richtig! Wir sind die Iranien. Wir müssen nie, nie vergessen, was passiert in den Cinemarken bei den Händen der Secret-Polize, der Savak. Sie haben 425 innozenten Frauen, Kinder und Männer in den Cinemarken und es verbrannt. 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 Es ist ein glückliches, wunderschön. Die Leute lieben uns. Rezo, ihr solltet euch das. Das ist eine momentaneinigung. Look at all die Leute auf dem stage. Wer sind sie? All die größere Spieler sind. Sie haben die Klerge, die Kommunisten, die Partei der Partei, Student-Leaders von der National Front, sogar die Mujahideen sind. All die sind hier zu unterstützen Abbas. Es ist gefährlich für Abbas, aber das muss er sein. Wie lange denken Sie, die Verbrannt werden? Ich weiß, wir sehen. Das ist ein glücklichesряд, aber es ist eine Falle nach der Kampen. Wachst du auch mit dem Mann? Vielleicht schäts euch heute mit dem Arme. insi werden sie an, nur die ganze Zeit hin. Alles hat dich an. Jetzt blicken Sie. Wachst du inMcChall? Ich lebe dich hier. Schaff, ich glaube, Wachst du in die Mühwe. Wachst du in die Vögel? Wachst du hier? Wachst du hier? Wachst du hier? Wachst du in das? Wachst du mit dem Zissers. Wachst du in der 많은 Welt? Wachst du? Es tut er auch so lange. Ich habe mich nicht mehr mit dem Mujahideen gehört. Ich habe mich nicht mehr mit dem Mujahideen gehört. Sie sind nicht mehr mit dem Mujahideen? Was hast du gehört? Die Mujahideen? Sie sind Terroristen. Du bist ein Terrorist? Ich bin ein Revolutionary. Das ist ein Wettbewerb. Herr Abbas ist nicht mehr mit dem Mujahideen. Wie ist das? Ich bin für die andere, die will es zu gewinnen. Ich sehe, einige unserer Freunde haben uns entschieden. Sie sind bereit für uns. Koshu Madi, willkommen. Sie wollen uns. 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 Das ist ein Wettbewerb. Das ist unser demokratisches Recht. Wir haben nichts getan. Wir haben nichts getan. Wir können uns. Take your hands off her. This way. Move. Das ist ein Wettbewerb, Reza. Wir müssen alle auf der anderen Seite sein. Wir sind alle Landwirte. Don't be so naiv. Naiv? Ich bin nicht naiv, Reza. Die Menschen sich nicht gegen uns tun, Er ist nicht attackend uns. Ressal, ihr müsst das Bild an. Die Leute müssen die Wahrheit sehen. Pick die Megapolze! Move! Move! This way! See? Es ist immer ein Mal. Hey Ali, was ihr macht? Die Soldaten sind nicht die Ziele. Sie sind die Oppressed Workers. Sie verstehen das? Sie sind alle die Ziele in dieser Abusse Regierung. Was? Ali! Du solltest ihn hören. Seriously, Baba? Du hörst dich? Keine Ahnung, sie haben sie zu nehmen. Welche Wahl haben sie? Sie brauchen ihre Arbeit. Wir sollten sie nicht sieben. Sie können sie nicht sieben. Sie machen das um ihre Familie zu schützen. Was für meine Familie? Mein Vater? Arresten? Torture? Murdered? Und für was? Welche Wahl? Egal was ich antworte, es ist alles falsch. Echt komische Antwortmöglichkeiten. Ich bin total emotional. Ich bin total emotional. Und es wird dich ändern. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Mach es sein. Du kannst es einfach. Du kannst es einfach. Ali, was ist das, was Albus sagt da? About peace und prayer? Stick mit deinen Bildern. Warum leben in der reale Welt, wenn du einfach nur einen snapshotst? Es tut mir leid. Ich bin total sicher. Du kannst es sicher. Du hast es richtig, Rezo. Du hast es richtig gemacht, Rezo. Wasffen wir noch etwas, Rezo? Was werden einige Hörstelungen machen, außer nur die Armeen und attacken uns zu tun? Der will nur die Armour an uns? Es ist etwas anderes. Zeuglich reddet ihr Were, nicht mehr. Es ist nie ein allow. Aber wir haben eine Art und andere. AbkSU. So are sie überhaupt keine Ahnung. Sie sind gut! Geräusch. Die letzte Chance haben, es wird dir uns. Hörst nicht sie dir, Rezo. Das ist nicht einfach. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, wir haben die Kamera noch gekriegt. Ja, egal was ich da für Entscheidungen treffe, das ist alles im Affekt. Ich stehe nicht hinter meiner Meinung. Ich zeige es der ganzen Welt. Meine Meinung hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Alle Entscheidungen, die ich treffe, ist einfach nur, weil es ein Spiel ist. Warum stehen alle diese Soldaten nur rund um? Sie seien kluglos. Menschenkontrolle, die aufständige Massen konnten nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden, selbst nachdem der Shah einen neuen Premierminister eingesetzt hatte. Das ist ein echtes Foto. Mann, 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 Menschenkontrolle. Wow. Untätige Soldaten. Mitglieder des Militärs fingen an, mit den Demonstratien zu sympathisieren. Viele von ihnen wollten keine tödliche Gewalt mehr anwenden. Ja, das sind auch nur Mitarbeiter sozusagen, ne? Städtische Behandlung. Bruder Abos! Ali! Oh, mein Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn wirklich verletzt. Put ihn down, Mann. Ich muss zurück nach hinten. Get in! Get in! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Reza! Take care of ihn. Er ist loszendlich viel Blut, Reza! Wir müssen ihn nach dem Krankenhaus. Soldaten werden da stehen. Mann, Mann, Mann! Oh, mein Gott! Look at all diese Klaasche. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Du versuchen so viel zu dir auszudrust. Was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fokus! Don't gibts. Keep going. Städtisch. Wir müssen ihn, Reza. Fokus! Er ist ein glas in meinem Mund. Er ist ein glas. 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 Ich hab ihn zu eröffnen. Der hat Locker auf der Brust. Was? Was ist das? Was? Hör auf mich. Ich bin betraut. Ist das ein Handel? Schau, schau, schau! Ich brauche ihn! Wo ist Bebe? Wer hat dich? Jazi ist raus. Hör auf mich. Ich bin betraut. Reza, du musst jetzt die Schmerzen. Wie? Bessal, schmach ihn. 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 Ich wusste nicht, was ich tun. Reza versucht ihn zu machen, aber er ist noch nicht schmerzt. Bessal, schmach ihn. Was ist das? Was ist das? Das ist Reza. Remember? The photographer I was telling you about? They almost killed him. Help me get him up. Ja, 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 ja. Sit! Abos. I gotcha. Die Brille auch. Sonst. Das ist voll hektisch alles, Mann. Schauen wir mal nochmal Ist da sonst noch was? Ich glaub, jetzt haben wir alles Okay, lass abhauen Okay, lass abhauen Kapitel 7, großer Bruder Hier geht's richtig ab, man Total hektisch Ah, das ist ein Tüptabide Jeder versucht ihn zu töten, aber er hat immer einen Weg zu überleben Er war der Person, der mir die Robes hier in Eben In den ersten Zeiten der Ressistenz Ein Boss war ein Manipulation And you all became his pawns You know nothing I see there is still some innocence left in you I lost my innocence here Savad bit me Rape me Tochiert mich I have got it But they couldn't break me You know why Because you were committed to your cause Yes, because my cause was just unlike yours Du weißt, was ich lieb, Evan, ist, dass du nie wirst, welcher Ghost du gehst. Alter! Das ist das... Hast du nichts mehr zu sagen? Hussain? Wer ist da? Hussain? Hussain, was? Was machst du hier, Dardash? Hussain, was passiert? Dardash, brother, schau mir an. Dardash! Hussain! Hussain! Du wirst! Hussain! Hat er das Kino explodieren lassen, oder was? Was macht er mit ihm? Nein, 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 nein! Hussain! Was macht er mit ihm? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was macht er mit ihm? Bibi? Hussain, Rezo, für dein Bruder, für dein Bruder. Hussain, das ist sie. Gut. Sie ist es, Bibi Gholastan. Aber du wirst schon wissen. War sie derjenige Verwärteren für Baubach und deinem Freund, Ali? Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe es dir. Bitte. Äh, äh, äh. NICHT! Ich habe es mir gebraucht. Er ist mir gebraucht. Sie war mit Ali auf, oder? Waren sie uns lieb? Ich muss ihm helfen. Er sagt nein. Nein, nein, nein. Sie wissen, dass sie mit Baubach war. Äh, ähm. Nein. Nicht foltern, bitte nicht foltern. Das war er? Der sagt, wenn du mich liebst, dann hilf mir. Okay, hör auf, hör auf, hör auf. Hosse wird das nicht vergessen, man. Wegen mir ist er gefoltert worden. Eieiei, das habe ich meinem Bruder foltern lassen. Der sagt dann noch, bitte, wenn du mich liebst oder so, was hat er gesagt? Dann sag ihm alles. Kapitel 8, nur ein Klopfen an der Tür. Das ist so hektisch, man. Ich mache nur komische Entscheidungen. Alles, was ich sage, ist falsch. Warum bist du so paranoid? Was ist mit all den Geheimen, Baubach? Die weniger du wissen, besser, Reza. Ich muss nach Hause, Baubach. Vasa, warte, warte. Wir gehen zu Radio City Cinema. Was? Ich dachte, sie verraten alle die Filme-theatres. Ja, sie haben, nach Savak zu verraten. Komm schon, man. Keine Angst, was du lebst. Warum hast du Fragen, Reza? Es sollte sein, klar. Ich weiß nicht. Es macht einfach nicht Sinn, okay? Da muss noch mehr sein. Ich bin ein Kuhl, aber ich bin ein Kuhl. Ich glaube, wir kommen in den Kuhl. Ich bin ein Kuhl. Komm schon, ja. Die Kuhl ist okay. Schauen wir mal. Das ist es? Ein Kuhl? Ja. Will Bibi hier sein? Ja, sie sollte sein. Hey, wie du wissen willst? Ich bin ein Kuhl, genau. Ich bin ein Kuhl, genau. Was sie heute mit meinem Holzbüchen? Sie bin ein Kuhl und sie war ein Kuhl im Reich zu 이건. Sie hat das Bild auf den Kuhl. Wie hat sie von wie ein Kuhl zu zu starten? Ein Kuhl. Ok, Reza, Jon. Sie sehen, dass sie viele schaden aus dem Leben, das wird es mir pedestrians zu entscheiden. Sie ist der Herr Kuhl. Sie hat die Kuhl. Ihr Bild auch nicht. Sie war für den Kuhl. Sie sind für den Kuhl. Sie haben sie keine Kuhl. Die Kuhl. Sie haben keine Kuhl. Aber du musst einen Seite nehmen, okay? Du magst nicht wollen, aber es wird passieren. Was ist mit dem Film? Ja! Hey, was machst du? Es ist mir! Wer ist das? Er ist auf unserer Seite! Wie haben wir ihn nie gesehen? Was machst du? Er ist einer von uns! Ich nehme ihn an Bibi! Stop! 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 Leave him alone! I'm going to kill you! Help! Help! No! No no no! Kom je, kom je, kom! Stop! Rizzo, nein! Nicht ihn! Okay, nein, wir tun es nicht. Du bist nicht wert. Du bist okay? Was ist mit diesen Mann? Diese Mann sind die Muscle. Danke, Ali. Diese Mann sind alle Muscle. Was ist passiert mit ihr, Nazar? Warum hast du mich? Savak ist all over uns. Und du willst uns zu sehen? So, das macht es okay für dich zu töten? Sie waren nur die Arbeit. Du bist glücklich, Ali kam. Du bist glücklich, kid. Get out of my face. Okay, okay, calm down, all of you. Let's go, you. Come on. What do you think she's gonna say about letting in strangers, huh? He's not a stranger. He's family. I know you could have knocked him out. And perhaps you should have. But just like at the protest with Ali, you should restrain. Ich klicke immer die Sachen an, die ich gar nicht antworten will. And no more cigarette breaks. Mifama, Ali. Okay, okay. Let's close his cousin. Mifama, Bali. Hab verstanden, sagt er. Ihr habt verstanden. So auf die Art. Kapitel 9, Radio City Cinema. Wie viele Kapitel gibt es denn eigentlich? Nego Kumboba, wie du siehst? Nachdem die Polizei die Dorms an der Universität Tehran verraten hat, Bibi sendet uns hier. Muss ich irgendwas antworten? Es ist eine genieuse Idee. Wer denkt, uns hier zu suchen? Ich weiß. Sie werden uns hier nie zu suchen. Ich weiß. Hey, Ali. What's going on? Reza, are you okay? What happened? Jafar and Nazar. Things got a little out of hand. So what? That's not how we handle things, Ali. And how exactly are we supposed to handle things? With words? Banners? No, we be fists. Ali, basta. And force! Abbas meet his orders clear. Who do you think put me in charge? I don't have to justify my actions to you. Ali has committed his life to our cause, but his passion is a little misguided. You're right, Bibi June. You're a lot quieter than your cousin. What about Abbas? Is he here? Is he okay? He's recovering. You almost cost us a leader of this revolution. I tried my best. I'm sorry, okay? I don't know why, but he'd like to see you. Wait, he wants to see Reza? I'll take you to him. Said, please take Babak backstage. Come on. I remember a few of these people from the protest. What are they doing? Are they packing up? Abbas believes we've been compromised, so we need to be ready to move. It's just a precaution. I'm gonna take some pictures. No, no. That's not a good idea. Everyone's a little suspicious right now. Ah, I doubt he means that. Why not, Chera? These clerics, they hide behind their religion, but the truth is, they want to rule this country. Khomeini is doing what your supposed great leader, Mossadegh failed at creating an independent Iran. It was Mossadegh who fought to nationalize our oil, not your clerics. Shri Miki Baccha, it was us, the Mujahideen, who fought the Americans and the British. And you failed because you lack conviction. What are you saying? Any movement in this country, void of Islam is destined... What are you saying? Great war! Get out of here! Get out of here! That's it! Enough! What a culture! Today, National Front, Communist, Mujahideen, Islamic, it doesn't matter. In the eyes of this regime, none of you count. How are we going to beat our oppressors if we can't come together and put aside our differences? Only then can we bring about real change. Khomeini is the spiritual leader, yes, I get it, but he's just one of many. Hey God, she's right. Now get back to work. There's still much to be done. I'm sorry, Bibi. This way, Reza. Come on. You heard her. Let's go. Ah, Martin came. Do you still have the rolls of film from the pictures you took today? Are, I do. Good. Can you process them for me now? Reza, I really need those pictures. I'm not giving you my pictures. Nazar, come to the lobby, please. What do you need him for? He'll be much better at persuading you. And what if I don't do as you tell me, huh? We've acquired some photo processing equipment from the state sponsored newspaper. Nazar will show you the way. This isn't right, Bibi, and you know it. Trust me, Reza. Once you get me the pictures, you'll understand. This way. Move it. Bibi! Eieieiei, ich kann gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Wie gar nichts, man. Was, welche? Es gibt überhaupt keine richtige Seite, oder? Kapitel 10. Ein klareres Bild. Welche Seite ist die richtige? Wie viele Seiten gibt es denn? Ah, bin ich jetzt hier wie von vorhin oder was? Ah, ist das das oder was? Findet das Foto von Abbas, wie er... Ah, ich habe einige Fotos ja leider nicht gemacht, sehe ich gerade. Ist es das mit Abbas? Da, oder? Das ist das, Abbas. Wir müssen uns sprechen. Wie fühlst du dich? Du solltest du auf? Nein, aber man kann sich nicht die Veränderung. Abbas, bitte, Entschuldigung uns. Abbas, Abbas kann sich nicht... Ich habe nicht gefragt, Abbas. Entschuldigung, Abbas. Danke, Abbas. Danke, Abbas, bitte. Was hat Ihr Bilde gezeigt? Ja, ich bin sorry, Abbas, ich nicht ein Bilde bekommen. Ich habe nicht gehört. Es sieht aus, wie es jemanden da gewesen wäre. Die Nationalisten, die Klerik, die Kommunisten, oder sogar meine Freunde, die Mujahideen. Es sieht aus, wie sie alle will mir das. Warum wollen Sie dich töten? Ich will nicht Iran einen Mann für einen Mann für einen anderen. Ich will es frei, nicht kautöing mit den Amerikanern, oder den Sowjets, oder sogar Gott. Es ist wirklich frei. Du machst viele Schwestern, das weiß ich nicht? Du hast recht. Du hast recht. Das ist weshalb ich brauchst deine Bildung, um ein bisschen Licht zu erinnern, um, wer hätte das gemacht haben. Das ist eine Idee. Da gibt es keine andere Begriffe. Du bist mein einzig Begriffe. Schau, ich weiß nicht, wer hat das gemacht, aber ich habe ein paar Dinge in der Allie, die du findest, interessant hast. Abbas, Abbas, hast du das kennenzulernen? Das ist aus dem Bazaar. Warte, wie du das kennst? Mein Vater benutzt einfach nur wie es in Raksha. Ich habe 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 meine Idee. Ah, ich bin sorry. Es geht nicht. Ich kann eine andere Idee machen, aber das ist. Es ist kein größer Poet als Rumi. Hier, ich möchte, dass du es hast. Are du sicherst, dass ich das habe? Das ist, Mann. Take es. Danke, Abbas. Vielleicht ist da irgendeine Botschaft drin oder was. Vielleicht gibt es noch einen Weg, zu finden, wer der Moll ist. Wie denn? Ich bin echt nicht sicher, wie ich könnte... Die Wahrheit ist, dass Bibi und ich haben es kein secret, dass eine von deinen Fotos den Moll identifizieren wird. Ich wollte mich helfen, aber du hast mich nicht benutzt. Reza, es war die einzige Weg, die Moll aus dem Moll. Es war meine einzige Chance. Ja, das erklärt, warum ich mich so schuldig bin. Wie habe ich mich selbst in? Abbas-chan, Bia, komm in. Geh ihn zu Bibi. Gib ihm eine neue Idee. Er wird es brauchen. Ich bin nur ein Fotografer. Das ist alles. Wir waren in den Augen der Revolution. Jetzt musst du die Jahre sein. Warte. Schau den Baum. Schau rund. Schau mit den Leuten. Reza. Sag mir, wer das hätte getan können. Ich stehe auf dich. Ich kann nicht mal was entscheiden hier. Aber egal, egal welche Entscheidung ich treffe. Das ist nicht die Entscheidung, die ich eigentlich jetzt in dem Moment treffen wollte. Das ist aber irgendwie komisch. Kapitel 11. Dritte Revolution bei. Dritte Nummer 5. S? Das ist Taro für dich. Die ganze Welt könnte sterben von Verlust. Und ein iraniener Mann würde dir das letzte Stück von Sandvich. Oh, der Witz. Das war ein höfliches Volk. Wollt immer anderen helfen irgendwie. Was ist da? Ich habe das Film gesehen. Hat Daryush nicht verletzt, weil die Theme-Song zu performen? Du hast es. Du kritisierst das Schaas-Regime, und wirst du verletzt. Du kritisierst das Regime metaphorisch, und wirst du trotzdem verletzt. Es ist kein Weg, zu leben. Okay, was ist da hinten? Es ist eher... Es ist nicht wirklich ein Spiel. In dem Sinne, es ist eher... Es hat spielerische Elemente mit diesen Quicktime-Events, aber im großen Ganzen ist es eher ein Geschichtsunterricht hier. Es ist wirklich wie ein Geschichtsunterricht. Und ich werde hier gerade... Ich lerne hier sehr viel, weil ich habe nicht viel Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, von der ganzen iranischen Geschichte, von zyklischer Revolution auch. Ich habe mich bewusst ferngehalten, auch aus emotionalen Gründen. Die haben einfach ein Kino, das Hauptquartier. Okay, wie geht es hier sonst noch weiter? Was gibt es denn noch so? Ah ja, geh mal hier durch. Was haben sie gut gemacht? Es wird eine gute Bildung, eine wirkliche Möglichkeit, um die Nachrichten zu bekommen. Vielen Dank. Wollt ihr mich in prayer? Ja, okay. Dankeschön, Herr Kollege. Ihr könntet ihr euch hier, und dann mit mir. Peace be upon you. In the name of Allah, the Most, 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 the Most. Our great prophet Muhammad, once said, you will not enter paradise until you have faith. And you will not complete your faith until you love one another. I see that love in you. God be with you, Reza. And with you, Salman Allah. May your prayers be heard. That was peaceful, wasn't it? Yeah. May your prayers be heard. You will not enter the house to be heard. W-A-S-D. Wieder. Mitgehen. Die haben auch alles die 70er-Jahr-Klamotten an. Ah, da kann ich auch noch was machen. Sets of Cyrus. Ja, 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 okay. Wie geht es mir hier, so? Das ist B.B., oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Überall Propaganda, egal in welcher Richtung. Ja, ich würde gerne weitermachen jetzt wegen dem Verhör und so weiter. Shariati believed in strong government. I'm not so sure he'd take up arms to make it happen. Shariati believed in strong government. I'm not so sure he'd take up arms to make it happen. Okay, wie geht es weiter? Oh, sure. You can take a look at my copy. Oh, Babakshid. I'm sorry, I didn't know it was yours. Don't worry about it, Baba. Go ahead and read it. Revolution is necessary. Die sagen immer was auf Persisch und dann sagen die das gleiche eigentlich nochmal auf Englisch. I don't know, there's just something about it. It feels like... Das ist komisch. Da ist was Grünes. Ja, ja, komm, leave. Einfach mal auf Englisch jetzt. I shouldn't have taken it so easy on you. Next time Ali won't be here to save you. That's enough, Jaffa. Back off. What do you mean? I saw him taking pictures on the roof this morning. With his expensive camera and... Pshh, as has has. He can't be trusted. That's right, Sayyid. Vivian Abbas got it wrong. He can't spot the spy. He is the spy. You don't know what you're talking about. Don't you guys have something more important to do? Come here. Don't try to change the subject, man. Look, I was in the crowd with Babak when Apos was stabbed. Not on stage with all of you. He must have been stabbed by one of the soldiers. Have you seen the wound? Didish is not from a bayonet. That's right. It came from a shearing knife from the bazaar. Yassi, you were at the bazaar this morning. I saw you. How would I hurt Abbas? We were all on stage. So that means we're all suspects. Look, if you didn't do anything, you have nothing to worry about. Whoever tried to kill Abbas will stop at nothing to destroy us. Start talking, Jaffa. Enough! Sayyid, bring me that book. Who's this, huh? Look familiar? Kinda, I don't... I don't know. The name says Shirazi, right? Yeah, it's a pretty common name. He's one of us. I know him. I can vouch for him. Of course you do, servant boy. No, Kharashi. Enough! I'm no one's servant. You probably helped him. I'm getting Bibi. He's a spy for the infidels. Hey, it wasn't him. He didn't do it. He needs to disappear now. Keep this up and you're never gonna win. Let's show him what we do to traitors. You're a dead man. Hey! Let go of him, now! This guy's Savok. He's involved with whoever attacked Abbas. So he stabs Abbas only to help him in the alleyway? That's how these guys work. First they gain our trust and then they deceive us. Take a look. See? These pictures don't lie. This is Hussain. Do you know him? Of course I know him. He's family. What? Go up to him. Didn't I tell you? Just because they're related, it doesn't mean he's a spy. That's what I told them. In any case, this is not a group decision. Reza, come with me. Let's go. You okay? No, I'm not. It doesn't help that everyone thinks I have pictures of Abbas's attacker. What did you say? You have pictures of it? Did anyone here strike you as suspicious? I don't know. Maybe? Wait. Wait! Ow! The police are here! We need to go now! Evacuate! Bedouit! Destroy everybody! All right and I will get Abbas to the roof. We'll meet you there! Let's go! Don't leave anything behind! Reza, I need to know. There are more. Tell me. Who did this to me? Soll ich denen in die Augen schauen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Woerer are you? Kapitel 12 Am 63 Was haben die jetzt gemacht? Ich verstehe was du überайfst. Ich sitze in die근fe der Kontrolle. Du wurdest befördert. Jetzt bist du dieỗeschempter. Ich war seit 7 Jahren in Eleven, Ich bin aber kein Killer. Ich bin aber nicht zu beichten. Für die ohne Stimme. Jemand sagte, du wirst nicht ins Paradies kommen, bis du die Hoffnung hast. Und du wirst nicht die Hoffnung, bis du einen anderen liebst. Ich habe dich verletzt. Wer war dein T-Shirt? Sein Name war Saman. Denkst du, dass eine Schraube oder eine Schraube die einzige Waffe, die Menschen töten? Was über deine Kamera? Ist das eine Waffe? Meine Kamera hat die Wahrheit. Wer war dein T-Shirt? Dein? Er war in einem schraubigen Schraube ein paar Tage später. Kennst du die Unterschiede zwischen den beiden? Ei, 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 ei. Er hat auf Wasser stochen. Er hat uns alle betrogen. Ich sag gar nichts. Er hat uns alle betrogen. Er hat uns alle betrogen. Aber seine Eltern nicht herausfinden. Ihr Bild ist das die Menschen zu retten. Ihr Bild ist das die Menschen zu retten. Wie wenn du selbst den T-Shirt hast. Nein. 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 Nein, nein. Ich habe ihn nicht zu retten. Ich sage ihn. Das ist meine Begegnung. Ich sage ihn. Wenn ich zurück, Sie und dein Bruder werden mich auf was passiert, mit Ihrem Arresten bei Radio City Cinema. Was? Ich werde mit вам helfen. Das Schnauhe. Hose, Hose, geh auf den Bischen. Wenn wir jetzt nicht in der Reihe fähig. Bischen! Ich wusste nicht immer, Hosein. Ich meine, ich. Ich habe die Reza. Was für deine Mutter und Vater? Mama oder Papa? Ich muss mich verstecken. Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht, aber ich antworte irgendwas. Oh, Pull the Trigger? Wie Pull the Trigger? Was habe ich getan? Kapitel 13. Erkenne das Kind. Radio City Cinema, 7.09.78 Keine Ahnung, wen du meinst? Ich habe ihn nie gehört. Vielleicht habe ich dich in Ebbing für ein paar Wochen. Du erinnerst, was du willst. Machst du was. Ja? Put ihn in der Auto. Hey, hold it. Basse, ich erkenne das Kind aus meinem Nachdenum. Ich werde was du von ihm. Ich werde was du von ihm. Ich werde. Ich werde. Nein, ich habe das. Wenn er etwas über Shirazi weiß, ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich weiß, was ich mache. Ich habe nichts gesagt. Ein Wochenende nachdem du bist und du hast dieses Dinge gehst? Ich versuchze, man. Huh? Ich weiß nicht was du redest. Ich weiß nicht was du sagst. Batsch. Was würde Mama und Baba sagen? Du denken über sie überhaupt? Was machst du, Bruder? Was machst du, Bruder? Das Bruder? Die Fien ist nicht funktionierend. Trust me. Where is Ali? That's what this is about? You getting your hands on Ali? It's about survival in this country. Batsche. This is not a game. Batsche. Wake up. I got nothing to say to you. Listen. I'll cut you up and take your head. Tamidi. Where is he? Where is he? This has nothing to do with Ali. This is about you Hossein. You naive dummy. I know Ali. And the innocent people he's killed. Everything okay here? I got this. Watch your post. What? And you care about me? Yeah, of course I do. Watch here. I'm trying to save you. I'm trying to save you from your own mess. Enough. I'm being honest with you Hossein. Okay, I understand. Take a breath. Huh? Take a breath. Take a deep breath. What? Er muss das machen nun. Genau. You know? I'll cut you up and throw you in Evian if they don't get him at me. What are you talking about? I'm saving my family, not you. I'm your family, Hossein. Oh, get up. Get up. Get up. Get up. Ugh. It's the best lead we have on Shirazi. Destroy it after you print the film. I don't know who's on the right side. I don't know. I don't know who's on the right side. I don't know what's going on. I just click some answers. Chapter 14. The small black fish. Shirazi resistance. Shirazi resistance. Shemiran. I'm sorry. I'm sorry. You're not sick. Don't be saying anything to me. I'm sorry. Yeah, yeah. I hear you. Good. Romayu, turn off the TV. Hossein John. What are you doing here? Salam Baba, how are you? Eh, Hossein? What are you, buddy? It smells good. Salam Baba. Is everything okay? Hey, what's for dinner? Go wash your hands. Yeah, I'm fine. I'm gonna go wash up. Hi, Rizzo-Joon. You weren't a part of that craziness today, were you? No, I was with Bobak, taking pictures. Thank God. Imagine if someone we knew saw you. What would they think of us? Okay, let's go have dinner. Let's go eat. Bobak, put some music on, please. Of course, Khanum Shirazi. It smells wonderful, sweetheart. Merci, Huma Yun-Joon. Boy, that. It smells wonderful. Bobi, Azizam. Bobak, pull up a chair. Join us. Oh, okay. Uh, no, thank you. I have some things to attend to in the kitchen. You should do that. He's not a servant. What you must think of him. Rizzo-Joon, telephone. It's for you. Bobak-Joon, take your message, please. He's saying it's an emergency. Baba, I'll take it. It's okay. Alo? Rizzo. Chattori, how are you? Ali? Are you okay? Where did you go? Come back, I need your help tomorrow. Bobak knows the place. Alo? Alo, Ali? Reza, who was that? Reza! Reza-Joon, answer your mother, please. It was Ali. Ali? Ali called this house? How about you? We haven't seen Ali in three years. Hiding from his crimes, Bobo. Hussain-Joon, what crimes, Azizam? He's linked to multiple bombings. He's a criminal, Pedar. Hussain, you're wrong. He's not a criminal. You're naive, Reza. He's got blood on his hands. Reza, Ali is trouble. Everyone knows Ali is trouble. Why have you been hanging out with them? Is this Bobak's doing? Omar, you say something! Shirin-Joon, what does Bobak have to do with this? Calm down. Anybody finds out about this. He's your family. He's your nephew. Enough, Basit! He's only family by name. You understand me? Baba. He's a known terrorist. A thug. He has no place in this family or Iran. It's all right. It's all right. It's all right. I can't believe this is happening. You know what I'm saying is true, Reza. Does it matter what he's done? He's still family. No, no. I know Ali. Do you know Ali? Do you know all the innocent people he's killed? He has blood on his hands. And you're covering up for him. Jeopardizing our family. Our reputation in this society. For what, huh? Nothing. Nothing. Please. Your brothers, please be nice to each other. Reza-Joon, your brother cares for you. No, I think he cares for everyone, but... That's why you're still in custody. Hmm? You were arrested? You were... You were arrested? What? Oh my God! There was trouble today at Radio City Cinema. A beta. I was taking unauthorized pictures. Since when is that a crime? Wait! You and your stupid camera! He shouldn't have been taking pictures, Mada. But we'll use his film to identify some of those thugs. In Qadish-Uqah. He did his part. No. You did your part, Hossein. You did. Where is your camera? Baba, there. I have to be going. Where are you going? I have things to do, Mada. You haven't even finished your food. Bye, Mada. So, we'll see you tomorrow. Barda, who may be in there? Probably not. They're locking down the city tomorrow. I'm helping secure the streets. Batshe, little brother, follow me out. Keep falling. Doctor of mine. Remember what I told you about Ali? Ali is a marked man. Government wants him dead. Other factions on the street want him dead. And his only cause will definitely get him killed. Save yourself. You hear me? ist alles okay? listen to me Reza fahm me dam I understand goodnight brother shab a khir Baba shab a khir what's going on with you two? everything's fine Baba don't worry about it what did happen to your camera? I knew you would never lose it sagt die wahheit he knew what that camera meant to me and he still let them take it it was more than a camera to me cameras are replaceable good photographers are not what's'n jetzt los? Shilinjong can you bring me a lantern please? Baba can you help me find a lanterns? Reza I went through this in the fifties I was on the streets in the middle of it there's no shame in being invested in your people's future you must be proud I know but Hussein keeps saying Hussein has found his path and so will you I just want you to be safe and be careful and know that I trust you and your mother and I love you very much no it's Hussein she loves the mother loves you you know that but she's accustomed to a certain way of life a way of life that people today are protesting this uprising she won't ever accept it she might not have a choice we'll deal with that when the day comes thanks Baba here here are the lanterns thank you Shilinjong Shabbekhit Mr. Shabbekhit I love you Rizujun now go into my office and look for the other camera they have done it really well how the family communicate persian family I can identify myself okay what is here I'm supposed to be looking for the camera but I gotta check out Bobo's home movies Shirazi oh that's the echte videos warte mal I have to take this back and show my buddies in Germany they didn't believe me when I said we had beaches in Iran wait until they see this heutzutage undenkbar that with the beach it's not it's not anymore if then to private strides where you are completely alone but so was here you can't forget heutzutage Shiraz Esfahan heutzutage 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 wow Persepolis is huge you were so tiny standing next to those ruins Persepolis I've never been to Esfahan but my mom's sure there's nothing more beautiful than my mom's it looks really beautiful uralt Isfahan Isfahan the city isfahan Isfahan the first day in school I'm supposed to be looking for the camera but I gotta check out Bobo's home movies the first day in school please don't tell me this is where I yup that's my first day of school ok Frühlingsferien this has got to be Cesar Badaf no iranian family cook this much food unless it's Cesar Badaf boah wie viel essen is unfassbar da hab ich richtig Bock wieder drauf richtig großes familienfest zu feiern glückhafen august 68 oh i remember this this is the day we dropped off uncle jamsheed and javod at the airport ok familien essen kochen aber auf die altmodische Art sehr interessant oh that dig is enormous I could climb into it that is really not top imagine how good the Tadig was to taste the Tadig Tadig hat da gesagt wie krass wie gut das Tadig geschmeckt hat ich hab gestern auch Tadig gegessen gestern haben wir Neujahrsfest gefeiert am 20. März ist immer Neujahrsfest das ist persisches Neujahrsfest in der Familie feiern wir da und Tadig ist einfach die die Kruste von vom Reis unten das sich dann ansammelt weil es noch angebraten ist dann ist es schön goldbraun ist dann perfekt und es schmeckt einfach sehr lecker also mir zumindest und meiner Familie auch Danceparty Tanzparty ok oh my god is that Amuhushi he is so young wie die Gangster wie so Superstars irgendwie gerade die tragen Anzüge mit Krawatten heutzutage sind Krawatten nicht erlaubt man darf keine Krawatten anziehen im Iran Amayun Shirin ich hab auch also Shirin 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 oder auch Onaha aber eher Shirin hab ich echt vor mein Kind so zu nennen und der Tochter wenn ich so Shirin weil Shirin heißt süß ist auch ein sehr ich find es ein sehr schöner Name aber es ist nur ein ein Gedanke es kann natürlich auch irgendwann anders heißen weil die Frau hat natürlich auch was mit zu reden aber der Style der alten Jahre ist ist immer gefällt mir immer noch so diese 60er 50er 60er Style immer schön mit dem Anzug ok gehen wir raus was haben wir hier ist komisch mit der Steuerung schade dass ich kein Gamepad benutzen kann oder wenigstens nur Point & Click schau an diese Letten sie waren wirklich in Liebe Rede Nummer 6 ja das ist auch ein echtes Foto Reza, Babak und Jose 1974 sind es echte Fotos von damals oder sind die Fotos heute gemacht worden im Style der der damaligen 70er Jahre da gibt es noch was zum Anklicken ich wundere was hier ist 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 Bubba war dann wirklich mit dem Iran zu tun so kann man alles auf Pause drücken Reza und Herr Jafaris Tochter oder Voxana 1974 Voxana ist auch ein schöner Name so dann schauen wir mal auch die Stühle heutzutage sind die Stühle immer noch so im Iran dieser persische Stil dieser alte persische Stil die der iranische Stil Reza und Cousin Cousin Ali 1960 Familie auf dem Weg nach Niawaran für Norus 71 ist das was ich gemeint habe Norus, Ede Norus ist das Neujahrsfest beziehungsweise das Neujahr Norus so Strandfotos so was gibt es heute gar nicht mehr da ist auch noch Geld da ist auch noch Geld drin wieder ein echtes Foto mir gefallen diese Bilder vielleicht hat der Macher des Spiels einfach Familie Bilder von sich selbst genommen kann auch sein weil ich glaube jetzt nicht dass jetzt die Ressourcen hatten die Videos so gut nachzumachen die Frisuren, die Kleidung die Koteletten, die Haare das ist alles nachzumachen heutzutage das Spiel ist doch so ein Indie Spiel glaube ich nicht dass das jetzt nachgemacht wurde das sind echte Fotos bin ich wunderbar sicher Hä? was meinst du? ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst we went up north to Shalom by the Caspian Sea Gott, ich freue mich die Tage ich denke wir haben das ganze Sommer außerhalb ein paar meiner Lieblings- ja, ich auch sind die Dinge so anders jetzt? nein das ist das Problem aber egal was passiert wir werden immer Freunde auf Wiedersehen auf Wiedersehen jetzt muss man alles sacken lassen Kapitel 15 Ausnahmezustand lebe das war das war aber die 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 ha No, Ali, you sound like you're getting ready for a war. I didn't come here to photograph a massacre. Stay on the sidelines, Dan. No violence, Ali. Do you understand me? Look, we won't start any violence. But if they attack us, God help me. Listen to Ali, Behold. What are you doing, Ali? Violence isn't the answer. Just hang back, you'll be fine. You brought your camera away. You think we have a chance using violence against this government? That's what they want. Pass the corporate, huh? What do you want us to do? Just allow them to slaughter us? Oh, we don't... We show them that we're stronger, okay? No guns, no tanks, no violence. That's right. We show them that nothing is mightier than the will of a people. It's no longer your call, Ali. Understand? It's mine. He's right. She's right. Atbus put her in charge. Because she can't. You too? Behold, Nazdick. Here's the plan. We need to rally the people and direct them into Jalas Square. Something about all this doesn't feel right, Reza. We'll be okay. We just gotta follow BB's lead. Jafar, Nazdick, Hamid and Sirus, you'll be okay. Ali, what are you doing? Facts, guys. Just for precaution. Hey? Precaution? I got discovered. Now let's get to the street. Time to go. Oh, my gosh. They got to do this. Okay. Ali, auf mit dem Quatsch. Gewalt ist keine Lösung. Oi, oi, oi. Aber wie schnell die Kapitel enden. Die hätten es auch komplett lassen können mit den Kapiteln. Kapitel 16. Schwarzer Freitag. Now do you understand why we needed your photos, Reza? Your images give the people hope. Reza, I need to get to the front. Take as many pictures as you can. People tell stories in all kinds of ways. Through their pens, their voices. But you, Reza, the camera is your tool. Oh, all those times you wrote to me from Germany complaining about how the world works? Well, this is your chance to do something about it. No matter how chaotic things get, just remember. This moment won't last. But your pictures will live on forever. Mehr erfahren. So, und wie immer, auf Pause drücken. Alright, Bubai. Time to take some photos. Don't just take photos, Reza. Leshuneschu, bitte. Show them. Look at that fire, Bubai. They trashed that office building. Echtes Foto hier. Zerstörung von Eigentum. Am Höhepunkt der Spannungen wurde das willkürliche Anzug mit Zerstörung von Regierungsinstitutionen und Eigentum zu einer weitverbreiteten Form des Protests. Eieieiei, aber Eigentum von Privatmenschen. Private Eigentum. Das ist traurig. Don't just take photos, Reza. Leshuneschu, bitte. Show them. I'll be right next to you. Just like before. Watch out. They're going after the American cars. Tod Amerika. Als die Proteste ins gewaltsame Umschlugen verunstalteten Randalierer Produkte aus US-Herstörung und zerstörten sie. Durch die westliche Unterstützung des Iran wuchs eine anti-amerikanische Stimmung heran. Ja, heutzutage gibt es aber nichts mehr von Amerika. Es gibt ja auch kein McDonalds oder so im Iran. Es ist komplett getrennt. Also da gibt es überhaupt nichts. Die Schaafs sind die Schaafs. Das Porträt des Chars war überall präsent und verpflichtend in jedem Regierungsbüro, Buch und in jedem Unternehmen aufgehängt. Muss man sich mal vorstellen, das ist Pflicht jetzt ein Foto von dem aufzuhängen. So, was gibt's noch hier? Vereint gegen den Westen, eine Botschaft von dem Islamischen Revolutionsgarten. Die Muslime vom Iran stehen mit voller Solidarität und in jedem Bewusstsein gegen die blutdürstigen Kolonisatoren wie Amerika auf, auf die erneut die bittere Erfahrung von Vietnam schmecken werden. Das soll eine Anlehnung auf Uncle Sam sein hier. Was machen sie? Sie sind schützt die Innocenten Menschen, Babak. Be careful, sie sind. Ich kann mich nicht mehr tun. Neh, Reza. Ihre Bilder werden mehr als alles, was du da machen kannst. Okay, ich habe das. Ich kann nicht glauben. Der Welt muss das sehen. Dammit, ich muss etwas tun. Du bist nicht ein Foto, Reza. Neither ist es. Das ist wirklich schwer, Babak. Was ist die Armee? Was machen wir das? Das sieht nicht gut aus, Rezo. Gehen Sie! Gehen Sie nicht durchdrehen! Stehen Sie, Frau! Zeigen Sie Ihre Kraft! Das ist Ihre letzte Ordnung! Krieg zurück! Bereit, AIM! Feuer! Sagt, bloß sie schießen in die Menge rein. Nein, oder? Ali! Ali! Ich muss, ich muss nach oben gehen! Gehen Sie, Rezo! Ich weiß, es ist schuldig! Ich weiß nicht, es ist schuldig! Gehen Sie! Ich kann nichts sehen, Mann! Was waren das für Dinge, Alter? Güter mehr, wenn man nichts sehen kann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab doch den gedrückt, Mann! Batsche! Hehehehe! Ich hab doch gedrückt, aber... Geil, wenn man Quicktime hier letztlich das erkennt! Gut! Komm schon! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ach so! Ich soll den drücken, wenn die nicht mehr schießen! Jetzt hab ich verstanden! Danke! Hehehehe! Du hast es verdient, Junge! Ich hab deinen Namen vergessen! Geil! Hu-huh-huh-huh-huh-huh-h-huh-h-huh-huh-h-huh-h-huh-h-h-h-h-h-h-h Oh Gott, oh Gott. Okay, komm komm, komm komm, warte, warte. Ja, jetzt! Go, 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 zu mir. Wollen wir mich beischotten? Das ist eine Alake-Transportung. Ist alle tot hier? Ja, jetzt, 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 jetzt! Was ist das? Ich bin echt schnell. Jetzt, jetzt, jetzt. Es klappt doch. Alle, ich komme. Jetzt tippe auf den Verband und drücke, oder drücke die Lettaste und drücke am zweiten. Okay, so, oder? Ist es okay? Okay, pass ihn auf. Let's go! Hat's geklappt? Ich sehe das Klasse über den Verband. Hat's geklappt? Hoffentlich. Kapitel 17, Mittagsstunde. We need to get out of here. Which way? Which way? To the right? Oh, stay with me, Ali. Oh, thank God, Jose! Please help us! Huzo? Huzo, what are you doing here? Did she call me? Go to my gym? We need to get him to Oslo. Isto Ali? Hey, don't move! There's been enough luncheud, today. Huzo ist noch nicht. Huzo sei nach gestern. Im。 It's her cousin. It's Alie, your cousin. Hey! Lauf weg, man! Lauf weg, man! Geh raus! Wenn sie dich arresten, kann ich nicht sagen. Okay, okay. Dadasch, ich will nicht vergessen, was du getan hast. Wer war dein Feuer? Wer war dein Feuer? Du bist immer noch mein Bruder! Babak! Nein! Boah, ich hab so eine Gänsehaut! Stirbt jetzt Babak oder was? Ich muss doch sehen, das ist mein Bruder! Kapitel 18 Ich war tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist okay, es ist okay. Ist es schlecht? Es ist schlecht! Es ist okay, es ist okay. Es ist okay, es ist okay. Ich will nicht sterben, Reza. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause und es wird okay. Baby, hilf mir! Komm her! Mach etwas, bitte hilf mir! Reza, Ich zeig die Welt, was hier heute passiert ist. Es ist okay, Reza. Es fühlt sich nicht kalt. Hallo? Moment! Babak! Babak, nein! Nein! Babak, nein! Das ist es! Du bist in Ihrem Bruder! Wir müssen gehen, Reza. Ich kann ihn nicht verlassen! Warum will ich seine Mutter sagen? Sein Vater? Babak, bitte. Warte, bitte. Warte, bitte. Ich will dich öffnen. Okay. Du möchtest auch noch ein Foto machen, oder was? Reza, lass uns gehen. Komm schon. Halt! 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 Ich bin tot. 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 Babak. Ich wusste gar nicht, dass es mich so trifft. Kapitel 19. Der Wächter meines Bruders. Babak ist tot. Ist das was du hören willst? Ist das was du wissen willst? Nein, Dadasch! Nein, nicht mehr sagen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hosseinh, was ist das? Was ist da, Herr HerrS好像? Du hast been liebt? Du hast mir gemacht? Du hast es gemacht? Du hast arbeite mit Hodge? Du hast es gemacht. Es ist über meine Familie. Shut down! Where ist sie? Ich bin tot. Ich sagte, ich bin dran. Bin nicht mehr. Hosseinh. Hosseinh. NIEIN NIEMALS! Wird jetzt Hossein erschießen? Oder hat er ihn nicht schon abgeknallt? Ist es vorbei, oder was? Hä? Okay, krass. Speziell für alle Eltern und Kinder der Revolution. Oh, Mann. Alles klar. Das war 1979 Revolution. Black Friday. Krass, okay. Das ist aber voll der Cliffhanger, Mann. Krass, Mann. Krass, Mann. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich das Video hier fertig geschnitten habe, werde ich es auf jeden Fall mal meiner Mutter zeigen, zum Beispiel. Und ich würde mal fragen, ob das hier und da alles auch akkurat ist. Weil zu der Zeit haben meine Eltern ja noch im Iran gelebt gehabt. Und die Musik muss ich auch sagen, ist echt top gewesen. Nima Fajrara. Der hat auch die Musik von Detroit Become Human gemacht. Also die Musik von Connors Missionen. Und den Soundtrack höre ich heute noch. Aber richtig interessant, richtig gut gemacht. Auch wie die dann miteinander geredet haben. Auch wenn die auf Persisch geredet haben. Die haben jetzt nicht so diesen schlechten Akzent gehabt von Amerikanern, die irgendwie Persisch sprechen. Sondern es war echt gut gemacht. Es waren richtige Perser, die auch so geredet haben. Und ich kann das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen. Auch wenn ich es eher als Geschichtsstunde ansehe. Ich habe vieles gar nicht verstanden, muss ich ehrlich gesagt haben. Beziehungsweise weil Entscheidungen und Aussagen, die getroffen wurden. Ich wollte gar keine von denen irgendwie auswählen. Da habe ich irgendwas ausgewählt. Obwohl ich nicht hinter den Aussagen stand. Aber ist egal, ist okay. Es war ein netter Geschichtskurs in Form eines Adventure Spiels. Schade, dass es nicht komplett in Point and Click war. Man könnte auch vielleicht mal auf Controller Einstellungen wechseln irgendwie. Weil das mit der Tastatur. Ich bin gar kein Tastaturspieler. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Aber ist okay, war nice. Geile Abwechslung. Ein kleines Spiel für sich. Wie lange hat das Spiel gedauert? Vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Ist auch okay. Ich glaube zwei Stunden habe ich jetzt gespielt. Dafür war das Spiel auch nicht so teuer. Ich glaube ich habe vielleicht fünf Euro oder so gezahlt für das Spiel. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ob das aber wirklich auch für Spieler ist. Die nichts mit der persischen Geschichte mit dem Iran oder so anfangen können. Die jetzt auch gar keine Vorfahren haben. Oder gar nicht selbst betroffen sind. Ich weiß jetzt nicht ob es was für die ist. Aber für Geschichtsinteressierte. Für Leute die auch wirklich an anderen Kulturen interessiert sind. Ist auf jeden Fall was. Für Leute die aufgeschlossen sind. Kann man sich auf jeden Fall mal das Spiel geben. Und ja. Alles klar. Falls dir das Let's Play gefallen hat. Falls dir das Video gefallen hat. Gib mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und beim nächsten Video geht es weiter. Macht's gut. Ciao. Du hast entschieden dass Revolutionen friedlich verlaufen. Du hast entschieden keine Steine während der Demonstration zu werfen. Der Text geht hier gar nicht mehr weiter. Du hast entschieden Said als Spion einzusetzen. Du hast entschieden im Verhör aufsässig zu sein. Und du hast entschieden lieber Hussein statt Ali zu retten. Oh. 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 Oh.